Wenn wir Antworten suchen, müssen wir die richtigen Fragen stellen. Und ich habe sehr viele Fragen. Was hat mein Schmerz mit dem Schmerz der Welt zu tun? Wie können wir gemeinsam etwas verändern? Und wie soll die Welt für meinen Sohn aussehen? Wir fangen bei uns selbst an. Bei unserem Schmerz, bei unseren Themen. Ich arbeite jeden Tag mit Menschen zusammen, die Scheiße in der Kindheit erlebt haben. Es war vor allem so eine als Kind irgendwie wahrgenommene, unfaire Machtverteilung. Ich habe meinen Platz im Leben noch nicht gefunden. Meine größte Herausforderung ist einfach mein Business vom Lauf zu bekommen. Gemeinsam gehen wir auf eine Reise zu uns selbst. Denn Heilung für die Welt beginnt im Innen. Ich will gar nicht, dass irgendjemand für mich arbeitet. Seit gestern habe ich so das Gefühl, wir verlieren dich gerade so ein bisschen. Es ist höchste Zeit, für unsere Erde ein neues Kapitel zu beginnen. Von jetzt an gibt es kein Zurück. Ganz krass, diese Kraft in mir selber mal zu erfahren. Wir können frei sein. Wir dürfen uns zeigen. Alles beginnt in uns. Was will dein Herz wirklich? Und dann denk noch größer. Unsere Vision wird hier wahr. Mit Lionel beginnt für uns eine bewusstere Zukunft. Das größte Geschenk, was du deinen Kindern machen kannst, ist selbstverantwortlich für dein Glücklichsein zu sein. Dann hätten wir einfach Weltfrieden, wenn jeder einfach bei sich hinschaut. Du kannst das. Für all die Kinder, die noch auf diese Welt kommen und für eine andere Welt. Für all die Kinder, die noch auf diese Welt kommen.